6. Monster aus der Luft Bis auf das Sternenlicht war es stockfinster. Als die drei begriffen hatten, woher dieser geisterhafte Lärm kam und Percival wieder still war, packten Ralf und Simon ihn und trugen ihn in einen Unterstand. Trotz all seiner mutigen Worte hielt sich Piggy in ihrer Nähe, dann gingen die drei Größeren zusammen zum nächsten Unterstand. Sie wälzten sich ruhelos raschelnd in den trockenen Blättern und schauten in das Fleckchen Sterne hinaus, das sich in der Öffnung in Richtung Lagune zeigte. Ab und zu schrie ein Kleiner aus den anderen Hütten auf, einmal sprach ein Großer im Schlaf, dann schliefen auch die drei ein. Eine Mondsichel stieg über den Horizont, kaum groß genug, um selbst direkt über dem Wasser eine Lichtspur zu hinterlassen, doch am Himmel gab es andere Lichter, sie bewegten sich schnell, blinkten oder verloschen, doch von der Schlacht, die sich in zehn Meilen Höhe abspielte, drang nicht mal ein schwacher Knall nach unten. Es kam ein Zeichen aus der Welt der Erwachsenen herab, doch kein Kind war zu diesem Zeitpunkt wach, um es zu sehen. Plötzlich gab es eine helle Explosion, eine Spiralspur zog sich über den Himmel, dann herrschten wieder Dunkelheit und Sterne. Ein Fleck hing über der Insel, eine Gestalt glitt unter einem Fallschirm rasch nach unten, eine Gestalt mit leblosen Gliedmaßen. Die Winde in den verschiedenen Höhen trugen sie, wohin sie wollten. In drei Meilen Höhe beruhigte sich der Wind, trug den Fallschirm in einer sinkenden Kurve durch den Himmel, schob ihn in einem großen Bogen über das Riff und die Lagune auf den Berg zu. Die Gestalt landete zwischen den blauen Blumen des Berghangs und fiel in sich zusammen, doch auch in dieser Höhe wehte nun eine sanfte Brise, der Fallschirm flatterte, schlug und zog. Die Gestalt glitt mit schleifenden Beinen den Berg hinauf. Einen Meter und einen Windhauch nach dem anderen hob die Brise sie durch die blauen Blumen über die Felsbrocken und roten Steine, bis sie zwischen dem Geröll am Gipfel lag. Hier peitschte ein launenhafter Wind und die Schnüre des Fallschirms verfingen sich und baumelten herab und so hockte die Gestalt mit dem behemmten Kopf zwischen den Knien da und wurde von dem Gewirr aus Schnüren gehalten. Nahm der Wind zu, spannten sie sich und hoben Kopf und Brust an, sodass die Gestalt über die Kuppe zu schauen schien. Und wenn der Wind nachließ, gaben auch die Schnüre nach, die Gestalt beugte sich wieder nach vorn und ließ den Kopf zwischen die Knie sinken. Die Sterne zogen über den Himmel, die Gestalt hockte auf dem Gipfel, hob sich, sackte in sich zusammen, hob sich wieder. In der frühesten Morgendämmerung gab es bei einem Felsen ein kleines Stück die Bergflanke hinunter, ein Geräusch. Zwei Jungs, blasse Schatten, die verschlafen miteinander sprachen, krochen aus einem Stapel reisig und trockenen Laub heraus. Es waren die Zwillinge, die Dienst beim Feuer hatten. Rein theoretisch hätte einer schlafen und der andere wachen sollen, doch sie schafften es nie, sich vernünftig zu verhalten, wenn das hieß, als Einzelpersonen zu agieren, und da sie ja nicht die ganze Nacht wach bleiben konnten, waren sie beide eingeschlafen. Jetzt näherten sie sich der dunkleren Stelle, wo das Signalfeuer gebrannt hatte, gähnten, rieben sich die Augen, traten mit geübten Schritten auf. Als sie die Feuerstelle erreicht hatten, hörten sie auf zu gähnen, und einer eilte schnell zurück und holte reisig und Laub, der andere kniete sich hin. »Ich glaube, es ist aus!« Er hantierte mit den Stöcken, die ihm gereicht wurden. »Nein!« Er legte sich hin, führte die Lippen nah an den Aschefleck und pustete vorsichtig. Sein Gesicht tauchte rötlich beschienen auf. Er hielt kurz inne. »Sam, gib mir mal...« »Ein Zunder!« Eric beugte sich vor und pustete wieder vorsichtig, bis der Flecken hell glühte. Sam steckte das Stück Zunder in die heiße Stelle, dann einen Zweig. Das Glühen wurde intensiver und der Zweig fing Feuer. Sam schichtete weitere Zweige auf. »Nimm nicht gleich alles,« mahnte Eric, »du legst so viel nach.« »Damit uns warm wird.« »Dann müssen wir noch mehr Holz holen.« »Mir ist kalt.« »Mir auch.« »Außerdem ist es...« »Noch dunkel.« »Also gut.« Eric hockte sich hin und sah zu, wie Sam das Feuer schürte. Er schichtete ein kleines Zelt aus Brennholz auf und schon war das Feuer aufgeflammt. »Das war knapp.« »Wer sonst?« »Stinkig.« Eine Weile schauten die Zwillinge schweigend ins Feuer. Dann musste Eric kichern. »Der war vielleicht stinkig.« »Wegen...« »Dem Feuer und dem Schwein.« »Ein Glück, dass er sich auf Jack gestürzt hat.« »Nicht auf uns.« »Weißt du noch, der alte Stinkstiefel in der Schule?« »Junge, so langsam treibst du mich in den Wahnsinn.« Die Jungs hatten sogar dasselbe Lachen. Dann fielen ihnen die Dunkelheit und einige andere Dinge wieder ein, und sie sahen sich voller Unbehagen um.« »Die Flammen, die sich eifrig über das Zelt hermachten, zogen wieder ihre Blicke auf sich.« Eric beobachtete die huschenden Asseln, die sich vergeblich abmühten, den Flammen zu entrinnen, und dachte an das erste Feuer, da unten, an der Steilseite des Berges, die ganz im Dunkeln lag. Er dachte nicht gern daran und sah lieber zum Gipfel hinauf. Wärme breitete sich aus und schlug ihnen angenehm entgegen. Sam beschäftigte sich damit, Zweige so passend wie möglich ins Feuer zu legen. Eric sucht mit ausgestreckten Händen nach der Stelle, an der die Hitze gerade noch auszuhalten war. Er schaute über das Feuer hinweg und fügte die flachen Schatten des Gesteins zu seinen Tagesumrissen zusammen. Da waren der große Felsen und die drei Steine, der gespaltene Brocken, dahinter lag dann ein Spalt, genau da. »Sam!« »Hm?« »Ach, nichts.« Die Flammen eroberten die Zweige, die Rinde rollte sich ein und fiel ab, das Holz explodierte. Das Zelt brach ein und warf einen weiten Lichtkreis über den Gipfel. »Sam!« 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 Sam sah Eric gereizt an. Sam saß mit dem Rücken zu Erics Blickrichtung und sein starrer Ausdruck ließ Schreckliches ahnen. Er rannte ums Feuer, kauerte sich neben Eric und schaute hin. Sie versteinerten, umklammerten sich gegenseitig, vier Augen starrten gebannt, zwei Münder standen weit offen. Weit unter ihnen seufzten die Bäume des Waldes, dann rauschten sie laut. Die Haare wehten ihnen auf. Er war in den verängstigten Verstand getrieben über die Felsen davon und flohen. Ralph träumte. Ralph träumte. »Ralf, wach auf!« »Was ist denn los?« »Wir haben's gesehen!« »Das Monster!« »Ganz deutlich!« »Wer seid ihr?« »Wir haben das Monster gesehen!« »Leise!« »Piggy!« Die Blätter rauschten noch immer. Piggy rempelte ihn an und als er auf das Rechteck mit den blasser werdenden Sternen zuging, packte ihn einer der Zwillinge. »Du kannst da nicht raus. Es ist schrecklich!« »Piggy! Wo sind die Speere?« »Ich hör was!« »Dann seid leise! Still!« Sie lagen da und lauschten, erst zweifelnd, dann mit wachsendem Schrecken bei der Beschreibung, die die Zwillinge ihnen zwischen langen Pausen völliger Stille zuflüsterten. Schon bald war die Dunkelheit voller Krallen, voll von dem schrecklichen Unbekannten, der Bedrohung. Die endlose Dämmerung löschte die Sterne, endlich fiel trauriges, graues Licht in die Hütte. Sie rührten sich, obwohl die Welt außerhalb der Hütte unglaublich gefährlich war. Das Wirrwarr der Dunkelheit teilte sich in nah und fern und am höchsten Punkt des Himmels färbten sich die kleinen Wolken warm ein. Ein einsamer Seevogel flatterte mit heiserem Schrei auf, dieser wurde erwidert, und im Wald krächzte etwas. Wolkenstreifen am Horizont glühten rosig auf und die Palmwedelkronen wurden grün. Ralf kniete im Eingang zur Hütte und sah sich vorsichtig um. »Sam and Eric, äh, holt alle zu einer Versammlung her, aber leise, na geht schon!« Die Zwillinge klammernden sich zitternd aneinander, trauten sich die paar Meter bis zur nächsten Hütte und überbrachten die grausige Nachricht. Ralf stand auf und ging würdevoll, aber mit einem bohrenden Gefühl im Rücken zur Rampe. Piggy und Simon folgten ihm, die anderen Jungs schlichen hinterher. Ralf nahm die Muschel von ihrem Platz auf der glattgeschliffenen Fläche und führte sie an die Lippen. Dann zögerte er und blies nicht hinein. Er reckte die Muschel in die Höhe, zeigte sie den anderen und alle verstanden. Die Sonnenstrahlen, die sich jenseits des Horizonts in die Höhe auffächerten, senkten sich auf Augenhöhe. Einen Augenblick sah Ralf zu der wachsenden, goldenen Scheibe hinüber, die sie von rechts anstrahlte und ihm die Kraft zum Sprechen zu verleihen schien. Der Kreis der Jungs vor ihm strotzte nur so vor Jagdsperren. Ralf reichte Eric, der ihm am nächsten stand, die Muschel. »Wir haben das Monster mit unseren eigenen Augen gesehen. Nein, wir haben nicht geschlafen.« Sam erzählte weiter. Aus Gewohnheit reichte die eine Muschel für beide Zwillinge, denn alle wussten um ihre grundsätzliche Einigkeit. »Es hatte einen Pelz. Hinter seinem Kopf hat sich was bewegt. Flügel. Das Monster hat sich auch bewegt.« »Das war schrecklich. Es hat sich aufgerichtet.« »Das Feuer brannte hell.« »Wir hatten es gerade angefacht.« »Mit noch mehr Zweigen.« »Es hatte Augen.« »Zähne.« »Krallen.« »Wir sind so schnell gerannt, wie wir konnten.« »Haben alles Mögliche angerempelt.« »Das Monster uns hinterher.« »Ich habe gesehen, wie es sich hinter den Bäumen versteckt hat.« »Und mich hat es fast berührt.« Ralf deutete verängstigt auf Erics Gesicht, das ganz mit Striemen übersät war, wo das Gestrüpp ihn streifig zerkratzt hatte. »Was hast du denn da?« Eric fasste sich ins Gesicht. »Ich bin voller Kratzer.« »Blute ich?« Die Jungs wichen entsetzt zurück. Johnny, der noch gähnte, brach in lautes Weinen aus und bekam von Bill ein paar Ohrfeigen, bis er die Tränen herunterschluckte. Der helle Morgen steckte voller Bedrohungen und der Kreis der Jungs nahm eine andere Form an. Sie schauten hinaus, nicht nach innen, und die Sperre aus angespitztem Holz bildeten einen Zaun. Jack rief sie in die Mitte zurück. »Endlich eine richtige Jagd!« »Wer kommt mit?« Ralf rührte sich ungeduldig. »Die Sperre sind nur aus Holz. Sei nicht albern!« Jack sah ihn spöttisch an. »Hast du Angst?« »Na klar habe ich Angst.« »Wer nicht?« Er drehte sich flehend, aber ohne Hoffnung zu den Zwillingen um. »Ihr verarscht uns jetzt aber nicht, oder?« Die Antwort war viel zu überzeugend, um noch irgendwelche Zweifel aufkommen zu lassen. Piggy nahm die Muschel. »Könnten wir nicht einfach hierbleiben? Irgendwie vielleicht lässt uns das Monster hier in Ruhe?« Hätte Ralf nicht das Gefühl beschlichen, dass etwas sie beobachtete, hätte er ihn angeschrien. »Hier bleiben?« »Wir sollen uns also auf diesem kleinen Fleck zusammendrängen und ständig Ausschau halten?« »Woher holen wir unser Essen?« »Und was ist mit dem Feuer?« »Lasst uns losziehen!« drängte Jack. »Wir vergeuden unsere Zeit!« »Tun wir nicht. Was ist mit den Kleinen?« »Die Kleinen können uns mal!« »Jemand muss auf sie aufpassen.« »Hat doch bisher auch keiner gemacht!« »Da gab es ja auch keinen Grund dafür.« »Jetzt schon.« Piggy passt auf sie auf. »Ja, genau.« »Halt Piggy nur aus der Gefahr raus!« »Sei doch vernünftig. Was kann Piggy denn schon mit einem Auge anfangen?« Die anderen Jungs schauten interessiert von Jack zu Ralf. »Und noch was. Das ist keine gewöhnliche Jagd. Das Monster hinterlässt ja keine Spuren. Wenn, dann hättest du sie schon gefunden!« »Soweit wir wissen, kann sich das Monster durch die Bäume schwingen, wie...« »Na, ihr wisst schon.« Sie nickten. »Wir müssen nachdenken!« Piggy nahm die kaputte Brille ab und putzte das heile Glas. »Was ist mit uns, Ralf?« »Du hast die Muschel nicht.« »Hier.« »Was ist mit uns?« »Was, wenn das Monster kommt und ihr seid alle weg?« »Ich kann nicht richtig sehen. Und wenn ich es mit der Angst kriege...« Jack unterbrach ihn verächtlich. »Du hast doch immer Angst.« »Ich hab die Muschel!« »Muschel, Muschel!« »Rief Jack. Die brauchen wir nicht mehr. Wir wissen, wer hier das Sagen haben sollte.« »Was hat es uns denn gebracht, dass Simon was gesagt hat?« »Oder Bill.« »Oder Walter.« »Es ist Zeit, dass manche Leute begreifen, wann sie still sein müssen und die Entscheidung uns anderen überlassen sollen.« Ralph konnte sich das nicht länger anhören. Das Blut war ihm ins Gesicht gestiegen. »Du hast die Muschel nicht,« sagte er. »Setz dich!« Jacks Gesicht wurde so weiß, dass die Sommersprossen als deutliche braune Flecken zu sehen waren. Er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und blieb stehen. »Das ist eine Sache für die Jäger!« Die anderen Jungs schauten interessiert zu. Piggy, der sich auf unangenehme Weise darin verwickelt fühlte, schob die Muschel zu Ralfs Knien hinüber und setzte sich. Die Stille wurde immer bedrückender und Piggy hielt die Luft an. »Das ist nicht nur eine Sache für die Jäger,« sagte Ralph schließlich, »weil du das Monster ja nicht aufspüren kannst. Und willst du vielleicht nicht gerettet werden?« Er drehte sich zur Versammlung um. »Wollt ihr denn nicht alle gerettet werden?« Dann sah er wieder Jack an. »Ich habe schon mal gesagt, das Feuer ist die Hauptsache. Jetzt ist das Feuer sicher aus.« Die alte Verbitterung rettete ihn und gab ihm die Energie zum Angriff. »Haben denn alle den Verstand verloren? Wir müssen das Feuer wieder anmachen. Daran hast du wohl nicht gedacht, oder, Jack? Will denn keiner von euch gerettet werden?« Ja, sie wollten gerettet werden, daran war kein Zweifel. Und mit einem kräftigen Ausschlag des Pendels zu Ralfs Gunsten war die Krise abgewendet. Piggy schnappte verzweifelt nach Luft. Er lehnte sich an einen Baumstamm, riss den Mund auf. Blaue Schatten legten sich um seine Lippen. Niemand kümmerte sich um ihn. »Denk nach, Jack. Gibt es einen Flecken auf der Insel, wo du noch nicht gewesen bist?« Unfreiwillig antwortete Jack. »Da ist nur...« »Aber natürlich! Weißt du noch? Das letzte Ende, wo sich die Felsen alle auftürmen. Ich war in der Nähe davon.« »Die Felsen machen eine Art Brücke. Es gibt nur einen Weg hinauf.« »Da könnte das Ding hausen.« Alle redeten durcheinander. »Ruhe! Also gut. Dort werden wir nachsehen. Wenn das Ding nicht da ist, dann gehen wir auf den Berg und schauen uns um. Und wir machen Feuer.« »Gehen wir!« »Erst essen wir was. Dann gehen wir.« Ralph hielt inne. »Die Speere nehmen wir besser mit.« Nachdem sie gegessen hatten, machten sich Ralph und die Großen am Ufer entlang auf den Weg. Sie ließen Piggy auf der Rampe zurück. Der Tag versprach, wie die anderen zuvor auch, zu einem Sonnenbad unter blauem Himmel zu werden. Der Strand dehnte sich vor ihnen in einer sanften Kurve aus, bis er mit dem Wald verschmolz. Es war noch nicht zu spät, dass der Blick durch die Luftspiegelungen beeinträchtigt wurde. Unter Ralphs Befehl bahnten sie sich vorsichtig einen Weg an der Palmenterrasse entlang, statt den heißen Sand am Wasser zu nehmen. Ralph ließ Jack vorgehen. Der stapfte mit theatralischer Achtsamkeit weiter, obwohl sie jeden Feind schon aus zwanzig Metern Entfernung hätten sehen können. Ralph, der ganz dankbar dafür war, eine Zeit lang nicht die Verantwortung tragen zu müssen, bildete das Schlusslicht. Simon, der vor Ralph herlief, spürte einen Hauch von Skepsis, ein Monster mit Krallen, das auf einem Berggipfel hockte, keine Spuren hinterließ, aber nicht schnell genug war, um Sam und Eric zu schnappen. Was immer er über das Monster dachte, vor seinem inneren Auge jedenfalls, stieg das Bild eines Menschen auf, der heldenhaft und krank zugleich war. Simon seufzte. Andere konnten offenkundig aufstehen und vor einer Versammlung sprechen, ohne die furchtbare Last der eigenen Person zu spüren, konnten sprechen, als würden sie sich nur an eine einzige Person richten. Er trat beiseite und sah zurück. Ralph folgte ihm mit seinem Speer über der Schulter. Schüchtern ließ Simon im Tempo nach, bis er neben Ralph ging und sah durch das zerzauste schwarze Haar, das ihm in die Augen fiel, zu ihm auf. Ralph schaute zur Seite und lächelte angestrengt, so als habe er vergessen, dass Simon sich selbst zum Narren gemacht hatte. Dann starrte er wieder nach vorn. Einen Augenblick lang war Simon froh, akzeptiert zu werden, dann dachte er nicht mehr an sich. Als er gegen einen Baum lief, sah Ralph ungeduldig zur Seite und Robert kicherte. Simon torkelte, ein weißer Fleck an seiner Stirn wurde rot, Blut tropfte. Ralph kümmerte sich nicht weiter um Simon und versank wieder in seiner eigenen persönlichen Hölle. Wenn sie die Burg erreicht hatten, musste der Anführer vorangehen. Jack stapfte zu ihm zurück. Wir sind in Sichtweite! Also gut, wir schleichen uns so nah wie möglich ran. Ralph folgte Jack einen leichten Anstieg zur Burg hinauf. Links lag ein undurchdringliches Gewirr aus Schlingpflanzen und Bäumen. Und warum könnte das Monster nicht da drin hausen? Das siehst du doch! Da kommt nichts rein oder raus! Und was ist mit der Burg? Schau! Ralph teilte das Gras und lugte hinaus. Nach ein paar Metern steinigen Untergrunds stießen die beiden Seiten der Insel fast zusammen, sodass man schon mit der Anhöhe einer Halbinsel rechnete. Stattdessen verlängerte dieser schmale Felsenstreifen, der ein paar Meter breit und vielleicht 15 Meter lang war, die Insel hinaus ins Meer. Dort lag ein weiterer dieser rosafarbenen kantigen Brocken, die die Basis der Insel bildeten. Diese Seite der Burg, vielleicht 30 Meter hoch, stellte die Bastion dar, die sie vom Gipfel aus gesehen hatten. Der Fels der Klippe war geborsten, die Anhöhe mit großen Brocken bedeckt, die zu schwanken schienen. Im hohen Gras hinter Ralph hatten sich stumm die anderen Jäger eingefunden. Ralph sah Jack an. Du bist Jäger. Jack wurde rot. Ich weiß. Na gut. Tief aus Ralph sprach etwas. Ich bin der Anführer. Ich gehe. Keine Widerrede. Er drehte sich zu den anderen um. Ihr. Ihr versteckt euch hier. Wartet auf mich. Er bemerkte, dass seine Stimme entweder verklingen wollte oder zu laut war. Er sah Jack an. Glaubst du? Jack murmelte. Ich war schon überall. Es muss hier sein. Verstehe. Simon brummelte. Ich glaube, es gibt gar kein Monster. Ralph bemerkte höflich, als wären sie sich über das Wetter einig. Nein, das nehme ich auch nicht an. Sein Mund war fest zusammengepresst und blass. Ganz langsam schob er sich die Haare nach hinten. Also, bis dann. Er zwang seine Füße voran, bis sie ihn auf die schmale Engstelle getragen hatten. Ringsherum war er von Abgründen leerer Luft umgeben. Es gab nichts, worin man sich verstecken konnte. Er blieb auf dem schmalen Grat stehen und sah nach unten. Schon bald, in ein paar Jahrhunderten, würde das Meer die Burg zu einer Insel machen. Rechts lag die Lagune, die vom offenen Meer bedrängt wurde. Links, Ralph schauderte. Die Lagune schützte sie vor dem Pazifik. Bisher war nur Jack bis zum Wasser auf der anderen Seite der Insel vorgedrungen. Jetzt sah er den Schwell aus der Sicht der Landratte und er wirkte auf ihn wie der Atemzug einer ungeheuren Kreatur. Langsam schrumpften die Fluten zwischen den Felsen und gaben Granittafeln, merkwürdige Verwachsungen aus Korallen, Polypen und Seetang frei. Tiefer, immer tiefer sank das Wasser und wisperte wie der Wind über den Baumkronen. Dort gab es einen flachen Felsentisch und durch den Sog des Wassers, das an den vier bewachsenen Seiten abfloss, wirkten sie wie Klippen. Dann atmete der schlafende Leviathan wieder aus, das Wasser stieg, der Seetang wehte und das Wasser schoss tosend über den Felsentisch. Man spürte die Wellen nicht kommen und gehen. Es gab da nur dieses minutenlange Sinken und Steigen und Sinken. Ralph drehte sich zu der roten Klippe um. Hinter ihm, im hohen Gras, warteten sie darauf, was er als nächstes tat. Er bemerkte, wie kühl der Schweiß an seiner Hand war. Er erkannte überrascht, dass er nicht ernsthaft damit rechnete, auf irgendein Monster zu stoßen, wußte aber nicht, was er tun würde, falls doch. Ralph sah, dass er die Klippe bewältigen konnte, aber das war eigentlich nicht nötig. Der Fels war so kantig, dass er eine Art Sockel bildete, auf dem er rechte Hand Stück für Stück einen Absatz entlang gehen konnte, bis er um die Ecke verschwand. Das war leicht, und schon bald schaute er um den Fels herum. Nichts Unerwartetes, rosafarbene, umgestürzte Brocken, von Vogelmist bedeckt wie Zuckerglasur, daneben ein steiler Anstieg zu dem Gestein, das die Bastion krönte. Ralph hörte etwas hinter sich und drehte sich um. Jack kam über den Grat. »Ich konnte dich doch nicht allein gehen lassen!« Ralph erwiderte nichts. Er ging über ein paar Felsen voran und inspizierte eine Auskehlung, in der sich nichts Schrecklicheres fand als ein Gelege verfaulte Eier. Dann setzte er sich, sah sich um und klopfte mit dem Sperrgriff gegen den Fels. Jack war aufgeregt. »Was für eine tolle Festung!« Eine Wassersäule benetzte sie. Kein Trinkwasser. »Und was ist das da?« Tatsächlich verlief auf halber Höhe des Felsens eine lange grüne Spur. Sie kletterten hinauf und probierten das Rinnsaal. »Man könnte eine Kokoschale hier lassen. Die füllt sich dann die ganze Zeit von allein!« »Das ist nichts für mich. Hier ist es grässlich.« Seite an Seite nahmen sie die letzte Anhöhe hin zu der Stelle, wo das abnehmende Geröll mit den letzten geborstenen Felsbrocken gekrönt war. Jack schlug mit der Faust gegen den nächsten Fels, der leise knirschte. »Weißt du noch?« Beide mussten an die schlechten Momente der Zwischenzeit denken. Jack redete schnell weiter. »Da steckst du einen Palmenstamm drunter, und wenn ein Feind kommt, schau!« Dreißig Meter unter ihnen war der schmale Grat, dann der steinige Boden und das Gras, aus dem Köpfe späten, dahinter dann der Wald. »Ein Ruck!«, frohlockte Jack. »Und hui!« Er machte eine ausladende Handbewegung. Ralph sah zum Berg hinüber. »Was ist denn?« Ralph drehte sich um. »Hm?« »Du hast geschaut!« »Ich weiß nicht, warum!« »Kein Rauch!« »Nichts zu sehen!« »Du bist doch verrückt mit deinem Rauch!« Der pralle blaue Horizont umgab sie, nur unterbrochen durch den Gipfel. »Was anderes haben wir nicht!« Er lehnte seinen Speer an den wackeligen Felsen und wischte sich mit beiden Händen die Haare nach hinten. »Wir müssen auf den Gipfel!« »Da haben sie das Monster gesehen!« »Das Monster wird nicht dort sein!« »Was bleibt uns anderes übrig?« Die anderen, die im Gras warteten, sahen, dass Jack und Ralph unverletzt waren und traten in die Sonne. In all der Entdeckerfreude vergaßen sie ganz das Monster. Sie schwärmten über die Brücke aus und schon bald kletterten sie herum und riefen durcheinander. Ralph stand da, stützte sich mit einer Hand an einem riesigen roten Block ab, so groß wie ein Mühlrad, gespalten und wackelig. Finster sah er zum Berg hinauf. Er ballte die Faust und schlug damit wie ein Hammer auf die rote Wand zu seiner Rechten. Er hatte die Lippen fest zusammengepresst und seine Augen schauten unter den Haaren hervor. »Rauch!« Er lutschte an seiner wunden Faust. »Jack, komm schon!« Aber Jack war nicht da. Ein Haufen Jungs, die einen Lärm machten, den Ralph bisher nicht bemerkt hatte, wuchteten und drückten einen Felsbrocken hoch. Ralph drehte sich um, das Fundament brach, die ganze Steinmasse stürzte ins Meer und eine donnernde Fontäne schoss halb die Klippe hinauf. »Schluss damit!« »Schluss!« Die Jungs verstummten. »Rauch!« Etwas Merkwürdiges geschah in seinem Kopf. Etwas flatterte vor seinem geistigen Auge vorbei wie ein Fledermausflügel und verschattete seine Gedanken. »Rauch!« Sofort waren die Gedanken und die Wut wieder da. »Wir brauchen Rauch!« »Und ihr vergeudet eure Zeit und rollt Felsen durch die Gegend!« Roger entgegnete. »Wir haben doch reichlich Zeit.« Ralph schüttelte den Kopf. »Wir gehen auf den Berg!« Ein Tumult brach aus. Einige wollten an den Strand zurück, andere lieber weiter Felsbrocken wuchten. Die Sonne schien hell und mit der Dunkelheit war auch die Gefahr gewichen. »Jack, das Monster ist vielleicht auf der anderen Seite. Du gehst voran. Du kennst dich aus.« »Wir können am Strand lang gehen. Da gibt es Obst.« Billy kam zu Ralph. »Warum können wir nicht noch hier bleiben?« »Genau! Lass uns eine Festung bauen!« »Hier gibt es nichts zu essen«, sagte Ralph. »Und keinen Schutz und auch nicht viel Trinkwasser.« »Das wäre eine tolle Festung. Wir könnten Felsen rumrollen. Direkt auf der Brücke!« »Wir gehen weiter, habe ich gesagt«, rief Ralph wütend. »Wir müssen uns sicher sein. Und zwar jetzt!« »Lass uns doch noch hier bleiben. Wir gehen zurück zu den Hütten. Ich bin müde.« »Nein!« Ralph hieb sich die Haut von den Knöcheln. Es schien ihm nicht weh zu tun. »Ich bin der Anführer. Wir müssen auf Nummer sicher gehen. Seht ihr denn nicht auf dem Gipfel? Kein Rauch! Draußen könnte ein Schiff sein. Habt ihr alle den Verstand verloren?« In Aufruhr begriffen, schwiegen die Jungs oder murmelten vor sich hin. Jack ging den Fels voran hinunter und über die Brücke.